Hallo hier bei Justins Wetter zu diesem ganz kurzen Mittelfrist- bis Langfrist-Update. Wir schauen jetzt mal bis zum 28. Februar, denn ein Major-Warming könnte dann doch nochmal massive Kaltlüfterbrüche auslösen. Da blicken wir in diesem Video jetzt mal ein bisschen genauer drauf. Schauen wir jetzt als allererstes mal auf die Bisonalwinde. Und da schauen wir jetzt mal auf die Winde da und da sehen wir dann doch, dass die Läufe oder fast alle Läufe unter die Null-Grad-Grenze oder bei der Minus-Fünfer-Grenze liegen würden. Und das würde dann ein Polarwirbelswild oder ein Major-Warming bezeichnen oder das sieht man da an diesen Läufen. Und danach gehen die Läufe wieder hoch und dieser mögliche Major-Warming könnte dann doch bald wieder massive Kaltlufterbrüche auslösen. Hier jetzt zum Beispiel der 27. Februar mit einer sehr, sehr kalten Nordlage. Mit einem Kaltlufttropfen Richtung Nordsee, Richtung Ostsee und mit sehr, sehr kalten Temperaturen. Temperaturen bei uns in 1500 Metern Höhe, aber auch in 2 Metern Höhe. Und da blicken wir jetzt mal auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Und da sehen wir dann doch verbreitet bei uns in Deutschland minus 10 bis minus 15 Grad in 1500 Metern Höhe. Mit diesem Kältekeil, der dann einmal von Nord nach Süd sich strecken würde. Einmal bis nach NRW und Deutschland und generell Norddeutschland, aber auch Süddeutschland hinein. Ein Tag weiter würde auch weiterhin ja dieser massive Kaltlufterbruch anhalten, würde uns dann sehr, sehr kühle Temperaturen bringen mit einem Tiefdruckkomplex über Nordeuropa. Und mit diesem Tiefdruckkomplex könnte dann nochmal sehr viel Spannung mit reinkommen, durch doch teilweise kräftige Schneefälle, die man hier berücksichtigen muss. Da müssen wir das aber jetzt noch genauer herankommen lassen, aber das könnte dann doch ziemlich spannend werden. Die Temperaturen in 1500 Metern Höhe, die wollen wir uns natürlich auch noch anschauen, die werden dann am kältesten, vor allem in der großen Osthälfte. Mit Temperaturen in 1500 Metern Höhe zwischen minus 8 und minus 12 Grad. Und diese Kälte erstreckt sich dann auch noch weiter, viel weiter nach Norden. Und vielleicht könnte uns dann später noch ein neuer Polarluftstreifschuss treffen. Das war es mit diesem ganz, ganz kurzen Update zum Thema Polarwirbel oder Major Warming. Denn das wird doch sehr, sehr spannend werden. Je näher die Läufe jetzt in diesem Zeitraum rankommen und nach dem Major Warming. Ja, da werden die Modelle dann doch reagieren und werden dann doch nach jetzigem Stand wohl Kaltluftermbrüche berechnen, die dann durchaus wieder möglich sind. Wir sehen uns im nächsten Update. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Macht's gut, bis zum nächsten Video und ciao. Ciao.